Hallo ihr Zocker da draußen, hier ist der Pink Panther und ich habe was ganz Nettes in Berlin entdeckt. CK99, das ist eine Gaming-Launch, da könnt ihr euch einmieten, kostet ca. 7-21 Euro mit einer Kleingruppe, das heißt so 4 Personen. Da könnt ihr euch entweder an Xbox setzen, Playstation, Wii und es gibt aber auch so Fahrsimulatoren, das seht ihr gleich. Ja, für mich war das ganz einfach interessant. Ich mache ja einen Wettbewerb, der beste Let's Player Deutschlands. Da gibt es einen Preis, also der erste Preis ist im Wert von 1000 Euro und die besten drei möchte ich hier auftreten lassen. Das Ganze wird natürlich mit dem Kamerateam dann auch gefilmt, damit ihr das auch sehen könnt. Das werde ich dann natürlich auf meinem YouTube-Kanal hochladen. Ja, und da soll das dann ausgetragen werden. Die letzten drei sollen da dann um den Preis kämpfen und sich live battlen. So sieht es aus. Also es ist wirklich schon ganz nett. Da sieht man zum Beispiel einen von drei Räumen, wo mehrere PCs stehen, sechs Stück an der Zahl. Die sind wirklich gut ausgestattet und für den Preis, den man da bezahlt für eine Stunde, ist das wirklich nichts. Die Dinger habe ich getestet da, diese Fahrsimulatoren. Das macht richtig Laune. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Unten in der Beschreibung ist ein Link zu der ganzen Geschichte und ich sage Tschüss, euer Pink Panther.